Hallo Community, ich hoffe es geht euch gut und willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich für euch etwas Neues von Gardena und zwar den Bewässerungscomputer Multicontrol Duo. So sieht das gute Teil aus, wir werden es uns heute einmal im Detail anschauen. Ihr seht schon hier Easy Programming, ob die Programmierung wirklich so easy ist, werden wir nachher sehen und auch die ganze Verarbeitung bzw. den Umgang mit diesem Gerät. Da reden wir nicht lange drum herum, bevor es losgeht, jetzt auf jeden Fall noch schnell diesen Kanal kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Der aktuelle Preis ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Würde ich sagen, los geht's! Ja, so schaut das Ganze von vorne aus. Wir haben wie immer hier ein offenes Fenster, ansonsten hier oben noch ein klein Henkelchen, wenn ihr das Ganze aus dem Geschäft oder wo auch immer mitnehmt. Ansonsten, wie von Gardena gewohnt, gut bebildert, auch beschriftet. Wir haben hier bereits etliche Möglichkeiten, was der Minicomputer alles kann, bzw. hier drüben auch weiter zusätzlich erhältliche Produkte, welche wir mit dem Computer verbinden können. Oben drauf seht ihr schon, es wird noch eine 9 Volt Blockbatterie benötigt. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten, es wäre natürlich auch zu viel des Guten, also auf jeden Fall hier noch eine zusätzlich besorgen, falls noch nicht vorhanden. Also öffnen wir nun einmal den Karton und schauen uns den Lieferumfang an. Hinten dran dabei natürlich die Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen. Auch wie wir sehen können, an sich gut bebildert, also sollte an sich relativ verständlich sein. Und auch hier noch eine kleine Werbeprochüre mit weiteren Möglichkeiten, die wir hier an den Bewässerungskomputer anschließen können, wie zum Beispiel einen Schlauchwagen, die Wasserpumpe oder hier auch etliche Bewässerungskomputer oder Rasensprenger. Danach im Karton der eigentliche Bewässerungskomputer. Und zuletzt dabei noch im Karton drei weitere Anschlüsse für den Bewässerungskomputer, bzw. auch für den Wasserhahn. Das war's und mehr befindet sich nicht im Karton. Wie gesagt, die 9 Volt Blockbatterie, welche ihr zum Betreiben benötigt, müsst ihr euch zusätzlich besorgen. Soweit so gut, schauen wir uns aber nun den eigentlichen Bewässerungskomputer einmal an. Das erste, was ich mir persönlich gedacht habe, als ich den Bewässerungskomputer das erste Mal ausgepackt bzw. in der Hand gehalten habe, ist, dass dieser auf jeden Fall alles andere als klein ist, sondern eher ein ganz schöner Kasten. So haben wir hier eine Breite von ungefähr 17 Zentimetern und einer Höhe von um die 15. Das Gewichte können wir an dieser Stelle eigentlich vernachlässigen, da er größtenteils am Wasserhahn angebracht sein sollte, aber unbedingt leicht ist dieser ebenfalls nicht. Das Gehäuse besteht dabei aus grauem, mattem Kunststoff, alles aus ABS, also ziemlich robustes Kunststoff. Somit sollte dieses UV-Einstrahlung durch die Sonne, aber auch anderen Wetterbedingungen gut standhalten. Was wir jedoch erkennen können, ist die durchgestrichene Schneeflock hier oben. Bedeutet, das Ganze sollte man nicht draußen überwintern lassen, also frostgeschützt ist es in diesem Sinne nicht. Ansonsten von der Verarbeitung her alles in Ordnung, wir haben hier keine scharfen Kanten oder ähnliches. Auch das Design gefällt mir persönlich sehr gut, hier die orange vorgehobenen Knöpfe, lediglich die Größe ist etwas globig. Damit aber nun das Hauptaugenmerk zurück auf den eigentlichen Bewässerungskomputer. So finden wir hier vorne das meiner Meinung nach eigentlich ausreichend große Display bzw. das komplette Bedienpult. Wir können das Ganze einmal hier abnehmen und sehen dann hier die Kontakte, wo die Informationen übertragen werden. Denn dieses kleine Teil hier ist für die komplette Kontrolle zuständig und hier befinden sich lediglich bloß die beiden Motoren, die die Ventile öffnen bzw. schließen. In diesem Sinne befindet sich auch in dem kleinen Computer der Platz für die 9 Volt Blockbatterie. Also diese nun einlegen und der Computer ist damit auch schon startbereit. Zu Beginn müssen wir den Computer logischerweise erst einmal mit Informationen füttern, also Uhrzeit, wann das Programm beginnen soll etc. Es ist also nun ungefähr 15 Uhr, damit beginnen wir den Computer jetzt erst einmal einzustellen. Hier vorne logischerweise die Stunden bzw. danach die Minuten und wir sehen auch im 24 Stunden Format. Durch die beiden Pfeiltasten hier unten können wir dann die Stunden einstellen, also 15 Uhr. Und bestätigen das Ganze mit OK. Und nun die Minuten. Ihr könnt das Ganze übrigens auch gedrückt halten und bestätigen mit einem zweiten Mal OK. Danach fragt der Computer, welchen Wochentag wir haben. Wir sehen hier an der Seite Monday, Tuesday, Wednesday etc. Und haben heute Samstag. Also können auch hier mit den Pfeiltasten auf Samstag gehen und mit OK bestätigen. Nachdem wir dies ausgefüllt haben, blinkt die zweite Zeile und zwar das Startprogramm, also wann der Bewässerungscomputer beginnen soll mit der Bewässerung. Grundsätzliche kann man hier jede Zeit auswählen. Jedoch ist es empfehlenswert in den frühen Morgenstunden bzw. spätabends zu bewässern, da hier die Verdunstung am geringsten ist und damit auch der Wasserverbrauch. Also sagen wir dem Computer nun, er soll mit der Bewässerung um 4 Uhr morgens beginnen. Durch einen Klick auf OK setzen wir diesen Timer und können auch hier die Minuten noch einmal einstellen. Wir sagen aber glatt 4 Uhr. Der Punkt danach wäre die Runtime, also die Bewässerungszeit. Wie lange soll er bewässern? In diesem Fall eine Stunde. Auch hier mit einem Klick auf OK bestätigen wir das Ganze und können auch die Minuten noch einmal einstellen. Und wir sehen nun, der Cursor bzw. die Umrandung blinkt nun auf der rechten Seite. Wir sehen, man kann hier ganz gut wählen zwischen 8, 12, 24 Stunden bzw. dem zweiten, dritten und siebten Tag. Eventuell ist dies hier etwas umständlich umschrieben. Man könnte auch sagen, dreimal täglich, also 8x3 sind 24, zweimal täglich, einmal täglich, jeden zweiten Tag, jeden dritten oder einmal wöchentlich. Wir bleiben jedoch vorerst einmal bei einmal täglich um 4 Uhr. Nachdem wir uns dann hier komplett durchbestätigt haben, klicken wir noch ein letztes Mal auf OK und der Computer fragt anschließend, ob er das Programm aktivieren soll oder nicht. Hier können wir auch wieder wählen. Wir klicken einmal auf OK und damit ist der Computer für die erste Bewässerung eingerichtet. Somit schauen wir uns nun einmal noch das restliche Interface an, also was wir hier noch ringsherum sehen. Grundlegend, da wir hier kein LED, sondern ein LCD-Display haben, können wir hier auch bei hellem Sonnenschein die Einstellung oder das komplette Display immer noch gut ablesen, was ich persönlich ganz angenehm finde. Oben links erkennen wir dabei das Batteriesymbol mit drei Balken für unsere kleine Blockbatterie auf der Rückseite. Zur allgemeinen Batterielaufzeite kann ich bis jetzt leider noch nicht sagen. Ich hatte den Bewässerungskomputer bis jetzt lediglich drei bis vier Tage im Einsatz und ihr seht, trotzdem sind bis jetzt noch alle drei Balken vorhanden. Sobald der letzte Balken dann auch weg ist, beginnt das Display hier ringsherum zu blinken. Ich schätze mal, so ein paar Monate wird die Batterie vielleicht reichen. Eventuell hat ja einer von euch mehr Erfahrung, schreibt mir jetzt doch gerne mal in die Kommentare, wie lange reicht die 9V Blockbatterie bei diesem Bewässerungskomputer. Direkt darunter sehen wir hier mit einem Pfeil aktuell gekennzeichnet die beiden Ventile, also Ventil 1 und Ventil 2. Denn unser Bewässerungskomputer besitzt nämlich nicht nur ein Ventil, sondern hier gleich zwei Auslässe. Somit können wir nämlich zwei Geräte gleichzeitig anschließen und diese auch abwechselnd bzw. gleichzeitig ansteuern. Wenn wir uns also nun auf Ventil 1 beziehen, sehen wir hier die Uhrzeit, diese ist natürlich bei beiden gleich. Und wir haben hier das Programm, welches 4 Uhr beginnt und an jedem Wochentag stattfindet, aber nur auf Ventil 1. Wenn wir nun hier rüberspringen zu dem anderen, sehen wir hier ist kein Programm hinterlegt und entsprechend auch keine Bewässerung. Damit haben wir nämlich gleich gesehen, diese kleinen Punkte bzw. die Wassertropfen hier hinter den Wochentagen zeigen uns genau, wann bewässert wird. Aktuell 24 Stunden, wenn wir zum Beispiel auf zwei Tagen stehen würden, entsprechend nur jeden zweiten Tag. Ansonsten gibt es auf dem Display eigentlich nicht mehr zu sehen, wir haben hier unten dann nur noch ein paar weitere Knöpfe. So zum einen hier rechts den Menü-Button, durch welchen wir durch das Menü logischerweise springen können, dann den OK-Button zum jeweiligen bestätigen und dann hier noch einen kleinen manuellen Knopf, wofür der ist, schauen wir uns jetzt draußen an. Bevor wir doch nun mit dem Bewässerungscomputer richtig beginnen können, müssen wir diesen natürlich vorerst einmal montieren. In der wie bereits vorhin gezeigte gibt es ja hier einen Adapter von 1 auf 3 Viertel Zoll mit Dichtung bzw. hier zwei Schlauchanschlüsse, beide in 1,5 Zoll. Wir sehen auch hier beide mit Dichtung und diese werden einfach hier unten auf die beiden Ausgänge des Bewässerungscomputers draufgeschraubt. Nachdem dies geschehen ist, schrauben wir entweder diesen Adapter hier bzw. direkt den Bewässerungscomputer an den Wasserhahn. Wie wir sehen, haben wir auch hier einen kleinen Metallwasserfilter verbaut, sodass die kleinen Partikel nicht in den Bewässerungscomputer gelangen können. Also den Bewässerungscomputer nun ganz normal an dem Wasserhahn montieren. Damit ist der Bewässerungscomputer nun komplett installiert und wir können hier unten an V1 bzw. V2 unseren 1,5 Zoll Schlauch anschließen. Wir sehen, der Schlauch befindet sich nun am ersten Ventil und der Computer sagt uns auch, dass die Zeitschaltuhr für das erste Ventil aktiviert und eingerichtet ist. Die Startzeit des Programms liegt, wie wir sehen, hier bei 4 Uhr. Wenn wir doch nun manuell bewässern möchten, können wir auch hier durch einen Drück auf manuell das Ganze aktivieren. Danach fragt der Computer, wie lange er dies bewässern soll. In diesem Fall 20 Minuten. Wenn wir hier noch einmal das betätigen, können wir auch hier runter bzw. hochjustieren, sodass auch wenn man den Sprenger einmal vergessen sollte, dieser automatisch nach 15 Minuten wieder abschaltet. Das Ganze kann man übrigens hochschrauben bis auf maximal eine Stunde. Höher geht die manuelle Bewässerung also nicht. Die benötigte Zeit zum Öffnen bzw. Schließen des Ventils ist durch diesen Knopfdruck außerdem sehr, sehr kurz. Sprich, auf- bzw. zudrehen des Wasserhahns wird hier durch einen Knopfdruck ersetzt. Sprich, wir können hier nun den Rasensprenger durch einmaliges Betätigen aktivieren bzw. gleich darauf wieder deaktivieren. Das Ganze funktioniert in diesem Sinne mit beiden Ausgängen gleich gut. Sprich, wir können nun hier auf V2 wechseln und dann das noch einmal manuell betätigen. Und wir haben logischerweise keinen Schlauch angeschlossen. Entsprechend kommt das Wasser hier direkt aus dem Ventil. Aber so kann man auch hin- und herwechseln zwischen beiden Ventilen. Auf jeden Fall ist es sehr, sehr praktisch, wenn man selbstständig mal kurz mit der Spritze etwas bewässern möchte. Weiterhin gibt es dann hier an dem Bewässerungscomputer noch ein zusätzliches Feature, was ich so bis jetzt noch nicht erwähnt habe. Und zwar finden wir dieses auf der Rückseite des Bewässerungscomputers. Denn direkt unter dem Batteriefach befinden sich zwei Eingänge für passende Sensoren. Hier befinden sich im normalen Zustand kleine Gummistöpsel drüber, sodass diese wirklich gegen Wasser und andere Umwelteinflüsse geschützt sind. Optional kann man dann hier zwei Bodenfeuchtesensoren anschließen, sodass der Bewässerungscomputer automatisch erkennt, ob der Boden feucht oder nicht ist. Also ob der Bewässerungscomputer entsprechend bewässern muss oder nicht. Wohlbemerkt, für einen weiteren Bodenfeuchtesensor müsst ihr nochmal einen weiteren Grünschein hinlegen. Also ob das wirklich Sinn macht, sollte man hier noch einmal gründlich überdenken. Der Link dazu ist trotzdem noch einmal unten in der Videobeschreibung. Und damit ziehen wir nun ein kleines Fazit. Denn im Grunde ist der Bewässerungscomputer auf jeden Fall ein sehr nützlicher Helfer. Sprich, wir müssen hier also erst einmal keine Hand mehr anlegen, haben eine regelmäßige und satte Bewässerung, auch wenn wir diese einmal vergessen sollten, und haben natürlich andererseits eine sehr große Zeitersparnis. Mich würde dir einmal interessieren, ob du eventuell auch ein bzw. sogar mehrere Bewässerungscomputer im Einsatz hast, wie deine Erfahrungen sind bzw. ob du sagst, ich persönlich bin lieber für die selbstständige Bewässerung. Schreib es doch gerne mal unten in die Kommentare. Damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Falls es dir gefallen hat, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und abonniere jetzt noch schnell kostenlos diesen Kanal und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Der aktuellste Preis ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für deine Unterstützung und bis zum nächsten Mal. Ciao!